Wir fangen an in der Kulturscheune. Das Grillen ist eröffnet mit einem kleinen Bautzener Fass. Sehr schön. Nein, da kannst du dich jetzt reinlegen, Jürgen. Setz dich als Stammgast. Als ehemaliger Stammgast kann man sich hier schon hinsetzen. So, das schöne Sonnenuntergang genießen. So, jetzt übergebe ich dir und jetzt fangen wir an zu grillen. So, super. Du musst drauf ein Steak oder was? Ja, schmackst du auch einen? Machst du sie? Ja, gleich mal probieren. Zwei super Steaks vom Norbert. Zwei regionale Steaks werden jetzt auf diesen nagelneuen schönen Grill draufgekommen. So, jetzt warten wir und lassen sie schön grillen. Danach gibt es ein schönes Feuer. Und somit ist die Grill-Saison in der Kulturscheune eröffnet. Danke.